einen schönen guten tag und willkommen zurück zu zero tolerance so dann würde ich da weiter machen wo ich letztes mal aufgehört habe mit der 12 high rise mission floor 154 so dann würde ich sagen attacke okay scheint etwas geschlossener zu sein aber die räume ist zu groß na gut 66 feinde lauern auf mich dort ok überall diese panthers meine güte ok ja war mir klar so ok wie mache ich das am besten wie gehe ich am besten vor ich werde einmal komplett am rand entlang gehen und dann am rand halten und dann irgendwann mal in der mitte weitergehen halt ok da liegt noch eine schrotflinte in der ecke ok ziemlich viele schrotflinten liegen dort ok das heißt hier kann ich mich schon mal gut eindecken mit schrotflinten ok jetzt habe ich die laser doch meinten dass meine güte Okay, ein paar Handgranaten. Okay, das ist noch eine Sicherheitsdrohne. Ja gut, die schnappe ich mir noch. Ah, die rennt jetzt weg. Okay. Ah, soll die erstmal weggehen. So. Äh, nein, Schrotflinte will ich jetzt nicht mitnehmen. Wo ist der, wo ist der hin? Wo ist der Panther hin? Oder habe ich den noch erwischt noch? Okay, äh. Da nehme ich mal mit. Okay. Okay. Ah, hinter mir. Ah, meine Güte. Ach, jetzt wollte ich die Heilung nicht mitnehmen. Okay. Gut. Ah, komm mal her. Oh, ich hab die Schirm kaputt gemacht. Ah, komm mal her. Ah, jetzt wird der Druck langsam... Ich hab noch elf Feinde vor mir. ... 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 Ein Gegner fehlt mir noch. Ach gut, ich kann mir schon vorstellen, wo der ist. Bin ich hier richtig? Nein, nur noch einen Raum weiter. Ja, hier. Ein Gegner fehlt mir noch. So, das heißt jetzt einmal die ganzen Schrotflinten aufsammeln. So, und noch ein bisschen Heilung. Okay, das war wirklich so ein Abschnitt, wo ich sagen muss, ja, der hätte richtig in sich gehabt. So, okay. Ach ja, da bin ich doch schon. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Das nächste Mal geht es dann weiter mit der 13. Highrise-Mission, Floor 153. Ansonsten, wie gehabt, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss. Und dann nein. Vielen Dank.